Hallo liebe Menschen, ich bin Alex der Löwe und mit meinen besten Freunden, dem Zebra Marty, Melmen der Giraffe und Gloria, der Nilpferddame, wohne ich im Zoo von New York City im Central Park. Ihr könnt euch unsere Aufregung nicht vorstellen, als plötzlich Marty verschwunden war. Um unseren Freund wiederzufinden, sind wir auf eine gefährliche, abenteuerliche Reise gegangen. Wollt ihr miterleben, wie wir auf der Insel Madagaskar gestrandet sind? Wie wir in der Wildnis überleben konnten? Welche Abenteuer wir bestehen müssen? Und ob uns die Pinguine geholfen haben? Dann besucht uns in Madagaskar, einem Musical mit viel Spaß und toller Musik für die ganze Familie. Diesen Sommer in Tecklenburg. Wir freuen uns auf euch!